Ja hallo, hier ist der Spoonie und ich habe hier ein kleines Video für euch. Und zwar will ich euch nur bekannt geben, dass ich jetzt einen Livestream machen werde. Also, für jeden, den es interessiert, ich werde eine Stunde Minecraft The Fighter Livestream. Ja, wer das nicht kennt, das ist so ähnlich wie Hero. Und ja, an alle, die es kennen, die wissen ja Bescheid. Ja, dann sehen wir uns gleich. Hoffe ich doch, Link ist in der Beschreibung drin und reingehauen.